Heyo Leute und herzlich Willkommen zu TheBuildingGame, hier in dieser Truppe. Mit dabei ist, wir fangen einfach an, hier, wer ist das? Hallo, ichz bye bye. Ichz bye bye. Dann kommt... Ja hallo, ich bin der Kalle Ergas. Halloween, Halloween. Oh, ich bin der Teuflische, extrem verzockt. Oh, Sandalbrei. Oh je. Thank you. Heiner, Joja. Ich bin Logo. Logo, ist ja logisch. Logisch. Wer TheBuildingGame nicht kennt, man muss was auf den Zettel schreiben, was bauen, erraten, wieder auf den Zettel schreiben, wieder bauen und so weiter und so fort. Ihr werdet es sehen, wenn ihr es noch nicht kennt, ich habe es ja im Livestream gespielt und so weiter und so fort. Wir haben uns überlegt, dass wir zum Thema Halloween die Begriffe machen. Und ich würde sagen, wir fangen an. Okay, okay, okay. Ich bin immer noch am Anfang. Lol. Ernsthaft? Ja, warte, ich muss da, ich flieg da schon auf. Fail. Hä? Ja, ne, ich war grad immer noch am Sprung. Ich kann grad nicht schreiben, komischerweise. Ich kann nicht. Doch, du musst den Zettel beschreiben mit dem Amboss. Ja, jetzt geht's, jetzt geht's. Er hat's grad ein bisschen gebackt. Okay. Was nehmen wir denn? Ach, da sei jetzt drauf, was wir bauen sollen. Genau. Du benennst den Zettel um in das, was gebaut werden soll. Fertig. Und dann legst du es in den Dispenser rein. Ja. Ich habe was ganz Schwieriges. Wir haben aber 7 XP, das ist bisschen teuer. Und kannst du damit noch mal kurz ein Hallo an meine Zuschauer. Hallo. Ja, ihr habt's mitbekommen. Building Games, Halloween Special. Uh. 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 Sechs Leute haben eh wieder das gleiche. Ja, auf jeden Fall. Ich hör's euch. Wenn irgendeiner, wenn irgendeiner Penis hat, ne. Pass auf, wichtig ist, dass man nicht. Was? Ich soll das bauen. Was? Ich werde nicht gewartet. Was? Wie soll ich das bauen? Äh. Ich glaub hier hat einer den Sinn nicht verstanden. Was? Okay, okay, okay. Wie mach ich das? Bye, bye. Was hast du getan? Wie mach ich das? Das war nicht ich. Oh shit. Wie soll ich denn das bauen? Ja, okay. Es geht. Meins geht so. Ey, meins hat gar nichts mit Halloween zu tun. Wo haben wir denn? Da haben wir. Oh man. Jawel Bruchstein. Alter. Wer denkt sich denn sowas aus? Also ihr dürft die Zettel nicht aus dem Dispenser nehmen, ja? Nur so zur Info. Sammelt die aber. Ich bin hobbymäßiger Zettelsammler. Ja, das mache ich auch gern privat. Ja. Wollen wir uns da mal privat treffen und zusammen Zettel sammeln? Ne, wir tauschen die. Ne, wir tauschen die. Ja, das war Zettel tauschen. Oh, voll cool, ja. Bei mir ist übrigens Schnee. Ich finde das voll hübsch. Ist das so meine Fläche auf der ich bauen darf? Ja. Übel hübsch. Exakt. Also. Wie soll ich denn das bauen? Ich mag weiße Sachen. Also Leute, ich weiß ja nicht wie es euch geht, aber ich habe einen ziemlich einfachen Begriff. Buch. Ich auch. Ich könnte es mir voll einfach machen. Indem ich das Ding einfach spawne, aber ich baus lieber. Oh, ich weiß was du hast. Oh, Basti. Ich weiß was er hat. Oh, Basti. Ich weiß was er hat. Meins hat einfach nichts mit Halloween zu tun, aber gut. Ne, du weißt nicht. Du weißt niemals. Weiß, weiß, weiß nichts. Ja. Verdammt, man. Dafür dürft ihr euch später kaputt lachen, was ich gebaut habe. Weil das sieht so hässlich aus. Bye, bye. Boah, der ist schlecht. Ach, deswegen. Oh Mann. Okay, meins sieht richtig scheiße aus, aber ich weiß nicht wie ich das besser machen soll. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Meins hat doch was mit Halloween zu tun. Ich habe Kackkack. Okay, okay, okay. Ich glaube ich habe es. Oh Mann. Wie viel Zeit darf man sich denn lassen? Das wäre jetzt mal interessant. Äh, da links ist so eine, oder rechts ist so eine Glock. Lass uns mal sagen, dass wir so bei 300 Sekunden alle fertig sind, oder? Ja, okay. Als die Zettel. Fuck. Ich habe was richtig aufwendiges. Aber ich weiß, ich kriege das nicht hin. Ich hoffe, dass einer von euch meinen wunderbaren Zettel gezogen hat. Kommt drauf an, wenn du es hast. Wenn das von dir ist, dann habe ich es bestimmt. Ich weiß ja nicht, was du genommen hast. Ich habe etwas Wunderschönes genommen. Es gibt einfach nichts Schöneres auf dieser Welt. Okay. Bin ich mal gespannt, was wir nachher dann so alle genommen haben. Kann ich den, kann ich was in den Schnee reinbauen? Also so als Bodendeko. Okay, ja doch. Jetzt Map kaputt, Server. Oh Gott. Ich baue was so hässliches. Ich kann mir schon gut vorstellen, was du baut. Okay, ich drück jetzt einfach mal auf den Knopf, weil wir kannst es ja nicht verbessern. Alter, meine Maus ist voll schnell. Wenn ihr was hässliches sehen wollt, kommt zu mir. Meinen sie es heißt, ein Hauch von Tüll. Na gut. So, wir fertig. Doch, gleich. Ich kann nicht mehr. Ich habe einen Spiegel Winigret im Dialog. Das habe ich jetzt gerade so gemacht. So Mango. Ist das krass? Dialog. Ich kann nicht bauen. Sorry, ich kann ins Genich. Ich bin fertig. Mit der Welt, ne? Und dem Leben. Ja, geil. Ey, ihr müsst mal Kürbisse setzen. Warum? Machs einfach. Was? Normale oder neue Schnee? Normale. Warum, was ist dann? Die Männer, oder? Loll. Wenn du die da draus setzt. Wo? Ach so. Ich habe es erst auf das Diamant gesetzt. Oh gut. Muss ich gerade? Ah, ich wurde sogar geportet. Ich wurde auch geportet, aber irgendwie nicht weg. Was ist das? Hä? Ich bin mit Cube jetzt irgendwie in einem Raum. Und was muss ich jetzt fragen? Ich habe jetzt dieses Schild im Muster drauf schreiben, was das ist, oder was? Ey, ja. Armut und einen Dispenser. Hier. Okay. Was ist das? Also mindestens einen Begriff haben wir schon mal doppelt, glaube ich. Okay, dann geh ich hier rüber. Oh mein Gott. Alex, was hast du denn hier gemacht? Kann ich auch rüber zu euch, oder? Nein, nein, nein. Jetzt warte. Hey, was? Du musst jetzt erraten, was es ist. Oh, ich bin weiter. In meinem Raum ist nichts, in meinem Raum ist nichts. Du musst das aus dem Dings nehmen. Achso, ich... Du musst das nicht rausnehmen. Hä? Wie soll ich das denn bauen, Leute? Ja, bei mir ist es auch wieder nichts. Ich muss auch wieder... Alter, was ist das für ein Name? Ganz ehrlich, wer schreibt sowas auf? Der gehört geschlagen und gefolter? Du meinst bestimmt das mit der Leertaste dazwischen, ne? Hoi, yo. Warte, ist das mit der Leertaste? Warte, warte. Wie soll ich das denn bauen? Ja, das mit der Leertaste dazwischen. Das heißt den Leertaste, bitte. Wenn das ist, was ich hatte, dann hatte ich das als erstes. Das ist echt scheiße zu bauen. Ich glaube, das war das, was du hattest. Ich hab aber auch was richtig. Wie soll man das denn machen? Ich kann das nicht mal malen und jetzt soll ich das bauen? YOLO. Ich hab was Einfaches. Ah ne, halt. Verdammt. Ich bin so Bombe. 40 Sekunden, mach das nach. Ach komm, ich hab's, ich hab's ja gleich. Ich glaube, ich baue noch einen Kaffee dazu und da wird dann immer so Champagne ausgeschenkt, wenn mir langweilig ist. Für manja, für alle. Du payst du dein Geld. Das ist okay. Das passt ja irgendwie, die ist ja auch so viel erschreckt. Was? Alter, wie geil. Okay, Leute, okay. Alles wird gut. Solange du wild bist. Oh, das hab ich auch gedacht. Ja. 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 Oh, ich hab's sogar. Also für die ganzen Schafe gar nicht hin. Was ist das denn? Wo bin ich hier gelandet? Wow, krank. Was? Okay, da ist, ich muss wieder nach da hinten. Was ist das denn? Ich wette. Ich check nicht, was meins sein soll. Warte mal, hier unten ist keiner drin, oder? Hat hier jemand seine Tage oder was soll das sein? Junge. Alter. Was ist das? Okay. Ich hab was Einfaches. Was ist das? Was ist das? Okay, ich hab meins richtig früher erraten und ich wusste es sofort. Ähm, warte mal, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin muss. Hier ist keiner drin und in einem anderen auch nicht. Da unten ist... Ähm, Logo? Aus welchem Raum kommst du? Ja. Ähm, aus einem Raum, da hab ich etwas Wunderschönes gebaut. Nein, aber gerade, du wurdest ja wieder geportet. Auf welchem Raum kommst du gerade? Ja, hier aus dem komm ich, aus dem. Äh, aber da ist doch Alex. Mann, hier geht's nicht weiter. Wo wurdest du denn hin geportet? Hier bin ich, hier. Leute. Ich hab auch mein Zettel gerade ausgefüllt. Dann muss ich, äh... Ach Kalle, du machst immer nur Stress. Ja, ich... Ich... Weißt du warum? Ich bleib mal in einem Raum, wo ich gebaut hab. Äh, ist unser Mann! Logisch. Leute, seid ihr soweit? Ja, ich bin fertig. Ich hab auch diese ganzen Schneemänner gesetzt, so richtige Missgeburtenreihen hier. Ich dachte, das war ich. Das hat, glaub ich, jeder getan. Ach Kalle, was denn los? Das Problem ist einfach... Das Problem ist einfach nur irgendwie so... What? Oh, schon wieder? Ich wurde auch nicht geportet. Oh. Ich hab einfach das gleiche bekommen. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Das ist doch scheiße. Ich weiß schon ganz genau, wie ich das baue. Ich hab was cooles gekriegt. Ja, ich auch. Was ist... Wie soll ich denn sowas bitte machen? Du, okay, gut, ich glaub du hast meins. Ich weiß nicht, wer das gerade gemacht hat, aber das ist ja echt scheiße. Ich hab was cooles. Sehr weiblich, sehr feminin. Was? Moment. Kalle, ich glaub du hast meins. Ich konnte es einfach nicht erraten, man. Das sah einfach zu komisch aus. Ich mach das bestimmt so richtig so... Ich versuch das mal so hinzumachen, dass es aussieht wie so... Pfff. Schmerz. Okay, ich bin ready. Oh man. Okay, ich geb mir jetzt ganz, ganz viel Mühe. Ich geb mir gar keine Mühe. Ich auch nicht mehr. Doch. Ich hab da jetzt einfach nur noch irgendwelche Kacke. Ach so, schade. Na 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 na. 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 Ähm. War das so jetzt? Oh, ich bin fertig. Hoffentlich erkennt man das. Nee. Hahaha. Tikao. Alex, du hast dein Wort, warte. Du bist ein behinderter Spasti, Alter. Warte. Ja, dann guck dir nachher mal das Gebäude davor an. Ey, das kannst du nicht erraten. Muss mir dann sagen. Muss mir dann sagen. Weil ich guck's mir jetzt nicht an. Oh man, ey. Oh. Am besten die Beacons, Alter. Wer war... Oh, nee, ey. Ich kann jetzt schon nicht. Wie viele Räume haben wir denn noch vor uns? Oh, das ist der letzte Raum. Oh Gott. Ich bin noch nicht ready. War's das? Noch nicht. Moment. Oh man, ey. Es ist... Es ist... Leute. Richtig behindert, ey. Hab's gleich. Hab's gleich. Leute, guck doch mal. Selbst Logo ist fertig geworden. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich eine Cube in einen Raum geportet. Ja, du siehst, was ich gebaut habe, dann beneidest du mich um meine... Ach man, das was ich mache, heute geht. ... bauhaften Cube, den ich habe, um das zu bauen. Oh man. Ich kann nicht mehr. Das sieht so dumm aus. Okay, ich bin auf. Warte, wo, 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 wo. Done Building. Ja. Jetzt noch einmal raten und dann werden wir alle von Basti. Nee, ich glaube, noch einmal raten, ne? Oder? Ja, einmal raten, dann werden wir alle von Basti. Wer schießt da mit Pfeilen? Genau, alles du. Ich hab aber selber... Ich werde wahrscheinlich gleich wieder mit Cube in einen Raum geportet. Cube? Ich wollte mich... Ach, jetzt wollte ich... Was? Ich bin mit Bibi in einem Raum? Was ist das denn wieder, Alter? Ich hab keinen Zettel zum Ausfüllen drin, ich geb mir dann mal einen, okay? Okay, was ist das? Das ist... Was zum Teufel? Ach, es reitet, okay. Was ist das? Was? Hau, hau, hau. Hau, hau, hau. Fröhliche Halloween. Okay, ich bin fertig. Los. Das ist der Weihnachtsmann. Ich hab's jetzt aufgeschrieben, dass es der Weihnachtsmann ist. Oh, Mann. Wir machen doch so Halloween. Ja, echt so, Mann, ey. Was für... Von Halloween zu Weihnachten. Was ist los mit euch? Okay, das erste Wort war... Warte, Basti. Ich hab alle da außer dir. Alter. Das... Ein Stein. Was? Was ist das denn, Bütze? Das hab ich gebaut und das... Ich find's gut. Ich find's gut. Jetzt, wo man's weiß, erkennt man's wirklich. Ja. Jetzt, wo man's weiß, erkennt man's wirklich. Ja. Jetzt, wo man's weiß, erkennt man's. Und ich hab dann erraten, abgehacktes irgendwas. Oh nein, mir ging es weiter. Oh nein. Ha 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 ha. Ja, was denn? Ich denk mir so, was zum Teufel soll das sein? Das ist richtig geil. Grabmann hat seine... Ja, genau. Ach, das ist so ne Guillotine. Das ist so ne Guillotine. Ja, genau. Ernsthaft. Das finde ich gut. Das musste ich erraten. Ich hab keinen Plan gehabt. Guck dir das an. Was zum Dreck? Was hat mich angebaut? Was hat mich angebaut? Was hat mich angebaut? Was hat mich angebaut? Kranke Leute, kranke Ideen. Was habt ihr aus meinem Wort gemacht, Alter? Was passiert? Ich will gar nicht wissen, was die aus meinem Wort gemacht haben, wenn ich Elch höre. Aus Franken schneiden würde das Tor zur Hölle. Alter. War das dein Wort mit dem Ritter da ohne Kopf? Was ist das? Friedhof. Das ist einfach ein schwuler Friedhof, oder? Ich hab auch Friedhof gewählt. Ey, warst du schon wieder? Ich hab auch Friedhof genommen. Nein. Das ist gut. Ernsthaft? Ach nee, ich war bei einer Station beim Friedhof dabei. Ich hatte zweimal Friedhof. Ja, dann hatten wir zweimal Friedhof. Oh, das ist wunderschön. Das erleuchtet mich quasi. Ich weiß nicht wieso. Friedhof. Oh Gott, Logo, Alter. Wer hat das nochmal gebaut? War das Cube? Warst du zufällig? Nee. Und das hier? Friedhof. Nein, mein Friedhof war das schönste. Ich mein, zwischendurch war es spannend. Da war es dann nicht mehr Friedhof, aber dann war es wieder Friedhof und nur Friedhof. Oh Mann. Es war irgendwie Friedhof. Wem sein Wort war das? Es gab zwei Friedhof. Nochmal Friedhof. Super. Okay. Friedhof. Den hab ich gebaut. Oh, den hat der hier schon komisch. Der sieht wunderschön. Das war süß. Sind hier Zahlen gestorben? Äh, ja. Sind hier Zahlen gestorben? Sind hier Zahlen gestorben? Ja. Warte, der nächste, der nächste, der nächste ist meine, den muss ich mal kurz erklären. Und zwar, also, hier sind halt, hier sind halt, hier sind halt, das lass ich mir jetzt mal kurz erklären. Das hier sind halt so die normalen Leute, die halt so gestorben sind und so. Äh, die haben halt von ihren Familien alles so tolle Gräbe bekommen. Und hier sind halt Cube und Basti, die dann Legend in Folge 3 und Folge, ja, jetzt nicht mehr. Wo halt in Folge 3 und in Folge 20 gestorben sind und wo halt voll unbeliebt waren, dass er voll die Scheißgräbe bekommen hat mit so verdorerten Pflanzen und sowas. Das ist kein Friedhof. Das geht Frieden. Alter du Bastard, ich kill dich noch. Das geht Frieden. Da, da steckt ein Gedanke dahinter. Ja, ja, da steckt ein Gedanke dahinter, dass du heute rausbringst. Ey, ey, das war das Friedhof, was ich gemacht habe, weil hier kam ich raus bei Kreuz. Danke, was ihr aus meinem Wort gemacht habt, Kreuz. Weil einfach diese Schneemänner ohne Scheiß. Aber bei jedem. Das ist kein Friedhof und es funktioniert. So, ja, mein Wort. Das hab ich gebaut. Was sollte das sein? Nein. Kopfloser Reiter. Kopfloser Reiter. Der ist gut. Ey, ich hatte das beste Wort, Mann. Reiter ohne Kopf. Ja, okay. Ja, ich hab Reiter ohne Kopf. Das hab ich gebaut. Das hab ich gebaut. Ich wusste ja im Nachhinein, was es ist und hab's wieder reingepackt. Und dann, pass auf, das nächste hab ich gebaut. Was ist das denn, Alter? Was zum Feck, Alter? Das sieht aus wie so ein... Das sieht aus wie ein Honigkuchen. Ey, kennt ihr diese gerupften Tiefkühlhühner? Denkt euch mal die Hälfte von der Leine und die Figur weckt nicht aus wie so ein Affe der so eine Banane. Ne, ne, ne. Kennt ihr die Tiefkühlhühner? Die gerupften? So süß aus. Das ist dein Weihnachtsmann-Logo. Genau. Das ist der Weihnachtsmann-Logo. Das ist der Weihnachtsmann. Alter, du siehst... Warte. Mach deine Augen zu und guck ganz genau hin. Okay. Du siehst, das ist der Weihnachtsmann. So, jetzt kommt das, was ich bauen muss. Das hab ich gebaut. Bye-bye. Sorry, sei mir nicht böse. Wollte sagen, es ist jetzt schwer erraten, wer das Wort genommen hat. Das ist extra. Alter. Es geht um Halloween. Jemand schreibt einfach mich auf. Ich konnte mich an dein Gesicht von dem Skin nicht mehr erinnern. Alter. Warte. Warte. Das ist so schön geworden, oder? Ein Selfie mit Logo. Was? Ja, eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Mein Apple, Alter. Das ist dann halt. Deswegen hab ich so lange gebraucht. Ich hatte keine Ahnung, wie ich sonst ein Selfie darstellen soll. Die Haare, Alter. Ich hab echt Selfie geschrieben, ne? Ohne Scheiß. Jawohl, ernsthaft? Nein. Ja, ohne Scheiß. Ach so. Und was soll das sein? Labor. Das hab ich wieder gebaut. Und hab ich halt so an die klassischen Badezimmer-Spiegel-Selfies gedacht. Hab halt so gedacht, das hier ist halt so der Spiegel. Und ich konnte... Ich hatte eigentlich geplant, hier so ein Zombie hinzumachen. Was? Und dem dann so ein Item zu geben, was wie ein Handy aussieht. Aber dann hab ich einfach so eine Kamera aufgebaut. Wolltest du nicht eigentlich noch schnell ein Texture-Pack wechseln, wo dann... das Date tatsächlich ein Handy ist und so. Ja, genau, genau. Guck mal, was jetzt rauskommt. Das sieht aus wie ein Labor. Ja, und da kam auch ein Labor raus. Ja, das hab ich doch erraten, du Volk. Ach so. So, jetzt das Letzte. Ne, noch nicht. Friedhof. Dass da irgendwas Halloween-mäßig ist. Oh, nochmal Friedhof. Oh, nochmal Friedhof. Hier ruht's bye-bye. Ja, von Cube aus Legend. Warte, ich schreib's noch dran. Ja, den hab ich wieder gebaut. Warum baust du euch immer so schwul angehauchte Dinger? Was ist schwul angehauchte Dinger? Eigentlich ist das der Weihnachtsmann. Ich hab ne schönere Hexe gebaut. Oh mein Gott, sie ist weg. Nein! Nein! Sie ist einfach weg. Wieso ist sie despawned? Sicherlich keine Hexe. Aber... Ja, hier ist auch die Spawn. Alter! Keiner hat sich so viel Mühe gegeben wie ich. Ja, ich bin auch... Du hast den Weihnachtsmann schön geboren. Hä, das ist witzig. Ist auch einfach... Der Typ, der das hier gebaut hat, wollt ihr wahrscheinlich einschweren, aber man kommt hier auch einfach raus. Ne, die Hexe tatsächlich nicht. Aber gut, dass du so viel von Minecraft verstehst. Hä? Hä? Wieso kommt ein Hexe da nicht raus? Die Hexe kommt da nicht raus. Echt nicht? Weil die Hexe sich kein Block nach oben bewegt, wenn ein Block über ihr ist. By the way. LOL. 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 Das war's dann mit dieser... Halloween-Runde Building Game. Wenn's euch gefallen hat, lasst Bewertungen da und schaut bei den anderen Limmels vorbei. Warte, stopp. Ich muss die Mette noch in die Ego fehlen. Die Links sind bei mir auf jeden Fall in der Beschreibung. Jo. Von allen anderen. Ja, bei mir nicht. Wollen wir noch die Moral der Geschichte erzählen? Ja, TNT. Ähm... Ich weiß, wie ich mich jetzt verkleid als Bye-Bye. Ja, stimmt. Ist gruselig genug. Boah, das Kostüm gibt's echt irrenlang. Ich zerbomb, ich zerbomb jetzt mein Tito. Bleibt mal in die Kommentare, welches Bauwerk ihr am besten fandet. Ich natürlich. Natürlich die zwei Weihnachtsmänner. Mhm. Oh Mann. Also ich fand mein Wort am Geist. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja. Tschüss. 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 ип